Wenn wir uns zurückgucken, dann haben wir gesehen, dass wir am Anfang schon nicht an uns so eine Debatte in der Schambehafte Maten 2010 haben, aber wir müssen logen. Natürlich kann ich so noch am Rhythmus von allen zehn Jahren machen wir den Exerciz sein, aber wenn wir aber gucken, was das Resultat war an den letzten zehn, zwanzig Jahren, dann sehen wir, dass wir an diesen Debatten immer diskutiert haben, dass das an der Regel nicht angetraut ging. Aber wir waren da getraut, weil wir uns nicht mit der Wurstungsfrau beschäftigen. Wenn ich in die Entwicklung der Population schaue, über die zehn, zwanzig Jahre, wenn ich in die Entwicklung von den Arbeitsplätzen schaue, wenn ich schaue, wie viel wir am Land zauberter näher tun, wenn ich schaue, dass wir, was den Fanktourismus überlägt, nicht irgendwie in der Generation oder zurückkommen, dass wir immer neue Progressionen kriegen. So gesagt, in den Diskussionen, die wir in den letzten zehn, zwanzig Jahren in diesem Domäne gefordert haben, dass wir absolut nichts Positives aufweisen können. Und wir haben da erst in der Meinung, ehe man so eine Debatte wollen feiern, müssen wir anfangen, die Regierung zu sagen, wie sieht die Entwicklung vom Land gesagt, in den nächsten zehn, zwanzig Jahren, was die Population überlägt, was den Arbeitsmarkt überlägt, was die Wohnungen überlägt, dass er weiß, wohin er will die Regierung steuern. Wir sprechen gar nicht über diese Diskussion. Das sieht gar nicht aus, wir machen nur einen Plan, wo wir an zehn Jahren 100.000 oder 150.000 Leute weiterhören. Da verbrauchen wir so viel Logement, wo gehen wir den Logement sichern. Wir machen hier Pläne, wo wir nach derf gebaut gehen, wo nach derf Industrie kommen. Aber wir wissen alle, dass das kurzfristig geguckt ist, weil wir wissen, dass wenn wir die sektorielle Planführung von fünf oder zehn Jahren gestimmt hätten, da wäre viel von den Projekten, die in den Hauptrealisierten am Land, wäre nicht mehr möglich gewesen, weil da wäre nämlich an den sektoriellen Planführungen von zehn Jahren die Terrain zum Deal ausgeschlossen gewesen, wo man halt Terrain, Industrien, Fußballstadien und so viele bauen. Da hätte ich dann andere wieder, wo die Politik am Anfang arrangiert, dass man die Pläne taten will, weil dann eben kommt weiter hier am Land zu betoniert gehen. Also wir hätten gerne von der Regierung, wann sie gerne über so eine Debatte diskutieren, dass man es wirklich sieht. Wir wollen so viel Prozent vorstürmen, Joa, also in unserem Plan, das bringt man sich so viel Aufrunde, es bringt man so viel Erbensplätze, es bringt man, dass man so viel Frontalien muss tun oder Gott weiß, wo man die Erbensplätze in Handlung aufsicht zu geben. Und wenn sie dann das Problem von der Mobilität, wenn sie das Problem vom Logement wollen, dann haben wir alles da, also aus der Diskussion nicht ausgeschlossen. Das ist die Voraussetzung, dass die Voraussetzung für so eine Diskussion zu feiern ist, aber bedauern, dass die Regierung am Anfang just reing auf stramme Wurst umsetzt, ohne mit irgendwelchen Wurden Konsequenzen von dem Wurst umzuschneiden. Dann hatten wir, für eine Reihe von Jahren hat man seit Jahren eine Impact-Studie, hatten wir eine Interpellation mit dem Verzug auf Lützebüch. An dem was war ich aber der Meinung, dass wir hier auch einen Konsens, eventuell, damit du bist noch an der Debatte von dem Mittag, haben wir in den Händen gesagt, dass wir in Zukunft keinen Betrieb mehr an einem Land von einer gewissen Anmerkung, wo wir nicht als Regierung hängen, aber machen wir eine Impact-Studie. Was tut den Betrieb als Konsequenzen, sowohl am positiven wie am negativen? Was brauchen wir von Terrain, was brauchen wir von Erbenskräften, was brauchen wir von Energie, was bringen Leidkommandien, das schaffen immer die Leid, was muss der Staat, was müssen Gemengen und Infrastrukturen zur Verfügung stellen, was sind eventuell die Ressourcen für den Staat als Steuern. Alle Staaten gucken und dann in den Strich gucken, ob es das wert ist, dass wir den Betrieb an das Land holen oder nicht. Wir stellen aber fest, dass das nicht gemäßt wird. Au contraire, wenn wir zwei rezentige Beispiele holen, die Joghurtfabrik an Google, dann sehen wir, wie die Regierung von 14 für sich zum Mann, wie möglich, die verhört, da nicht erpressen kann. Es wird immer eine Prozedur verstopft, eine Etüde verstopft, und man kriegt keine Informationen. Am Fonds müssen in diesem Fall eine Regierung transparent spielen. Sie müssen so ein High as alles, was diesen Betrieb um Positiven und um Negativen bringt. An der Stelle, dass die Betriebe schon auf viel Feld Terrain verkauft, oder kaufen, und da wird diskutiert, und dann wird es einfach nicht geguckt, was das für Positiv oder Negativ Reperksion für Lützbüscher. Dafür meine ich, als der zweite Punkt, und dann ausschließend der letzte Punkt, trennt die Problematik, egal, wie man darüber diskutiert, aber man bekommt keine Probleme, aber man bekommt eine Reserve. Man sieht die Realität, die die Problematik besser realistisch guckt, die weiß, dass man die nächste Generation an zehn, 15, 20 Jahren riesige Probleme kriegt, weil wir nicht den Courage darüber diskutieren, weil wir nicht bereit sind, den Courage zu tun, für Partei, ich vergreife so ein High, wenn man also kann, und also kann es, kann man nicht für eine unmittelbare Situation setzen, dann muss man auch diskutieren und reagieren. An alles, das fehlt, und das sind auch die Vieransetzungen, irgendeine Versorgung, nur haltig geht's, die Debatte diskutiert. Einer, Dino, 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 Dino